Musik Gop hat jetzt für Sie besonders günstig die richtige Grill. Stauffreie Qualitätsholzkohle aus bestem Hartholz. Und zum Anzünden die praktischen Flamanzündwürfel. Mit denen brennt sofort ohne Holz oder Papier. Grillieren ist gut und gesund, wenn man es richtig macht. Erst wenn die Zündwürfel ganz verbrennt sind, den Rost aufsetzen. In den offenen Flammen nie grillieren. Sondern warten, bis die Holzkohle mit grauer Asche bedeckt sind. Und die dann wegblasen. Das Fleisch nie anstechen, sondern mit den Zangen kehren. Und erst nach dem Grillieren salzen. So haben Sie immer feine, saftige Grilladen, die auch gesundheitlich gut sind. Einen guten. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Gop. Zwei Beutel Studentenfutter statt 3 Franken nur 2.25 Franken. Trocknete Aprikosen, Sönnrei statt 2.80 Franken nur 2.40 Franken. Ein Liter Apollodrink für nur 75 Krabben. Zwei Paar Landjäger statt 2.60 Franken nur 2.20 Franken. Ein Liter Gop-Schokodrink für nur 95 Krabben. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 900 Gramm Onkel-Benz-Reis statt 2.80 Franken nur 2.30 Franken. Und als aktueller Preisschlager eine Tragtasche an drei Küchenrollen für nur 2 Franken. Auf Wiedersehen.